Als ich am nächsten Morgen in die Schule kam, merkte ich, dass die anderen hinter meinem Rücken tuscheln. Da wusste ich schon, dass sie meine gehackte Pinnwand gesehen hatten. Sind ja alle ständig online. Jetzt saß ich richtig in der Scheiße. Mein Freund sprach nicht mehr mit mir. Meine Mitschüler schnitten mich und spotteten. Alle außer Fanny machten einen Bogen um mich. Vor einem Jahr war ich noch die Beliebteste in der ganzen Klasse. Jetzt redete keiner mehr mit mir. Oder, wie Philipp sagte, jetzt ist Gruppenzwang, dich nicht zu lügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017